Die Weinkellerei Georg Friedrich Raum in Hessbruck bei Nürnberg. Bereits in der fünften Generation wird das Unternehmen geführt. Bekannt ist die Weinkellerei Raum beim Handel mit eigenen Glühweinen, Punschspezialitäten und mazedonischen Qualitätsweinen sowie mit der Lohnabfüllung für die internationale Weinbranche. So bedient Raum mit Eigen- und Handelsmarken das Preiseinstiegssegment von namhaften deutschen Discountern und Lebensmitteleinzelhandelsketten. Seit Ende August 2009 verfügt die Weinkellerei Raum über eine neue Linie von Krones. Sie löste die alte, 18-jährige Abfüllanlage ab. Alle Artikel, ob heiß, warm, kalt, steril, ohne Kohlensäure, kalt, steril mit Kohlensäure sowie trüb werden auf einem einzigen Füller abgefüllt und zwar mit einer Leistung von 10.000 Behältern pro Stunde. Ihr Flaschenmaterial erhält die Anlage über einen Neuglasabschieberpressant. Verarbeitet werden derzeit fünf verschiedene Flaschen, die aktuell gängigsten am Markt. Herz der Anlage ist der Mekafill VK-PVCF, ein Gegendruckfüller mit Füllhöhenkorrektur. Während Wein in der Regel kalsteril gefüllt wird, liegt die Temperatur der Glühweinabfüllung bei 60 Grad Celsius und die von alkoholfreien Getränken wie Kinderpunsch bei 79 Grad Celsius. Alles ist möglich auf dem gleichen Füller. Der Füller ist geblockt mit einem Zweikanal Rinsa Variojet für ozonisiertes Wasser und Sterilwasser sowie einem Schraubverschließer. Dieser kann 28 mm MCA-Verschlüsse, 28 x 45 mm und 30 x 60 mm, also Long-Cap-Verschlüsse verschrauben. Alle drei Aggregate sind in einem gekapselten Reinraum mit Luftfiltertechnik untergebracht. Nach einer Füllhöhenkontrolle folgt die Etikettierung. Diese übernimmt eine universelle Etikettiermaschine mit Kaltleimtechnik. Danach prüft ein Checkmat den korrekten Etikettensitz sowie die richtige Datierung und Kennzeichnung. Vielfalt und Flexibilität bei der Verpackung haben für die Weinkellerei Raum oberste Priorität. Dafür stehen im Verpackungsteil folgende Maschinen zur Verfügung. Ein VarioCard-Kartonaufrichter, ein SmartPak-Einpacker mit Wechselköpfen für die unterschiedlichen Aufgaben sowie ein VarioCol zum Verkleben und Verschließen der Kartondeckel. Hinzu kommt noch ein Modul-Pal-Palettierer mit vorheriger Kartonausrichtung. Die Anlage verarbeitet insgesamt rund 350 verschiedene Artikel. Teilweise handelt es sich um das gleiche Produkt mit sehr vielen unterschiedlichen Ausstattungen. Entsprechend klein sind daher die Chargengrößen. Sie reichen etwa von 6000 Flaschen bis 120.000 Flaschen. Die Georg Friedrich Raum GmbH entschied sich aufgrund der guten Erfahrungen ganz bewusst erneut für den Komplettanbieter Krones. Gerade auch mit langfristigem Blick auf Lifecycle Service weist das Unternehmen um den richtigen Partner an seiner Seite.